Die 6 besten Saugroboter für hohe Türschwellen, Vergleich und Test Ich bin absolut begeistert von dem Sigma Saugroboter Saugwischroboter. Die intelligente Navigation und die App-Steuerung machen es so einfach, das Gerät zu bedienen und das Haus sauber zu halten. Mit 4000 Pascal saugt er sogar den kleinsten Staub auf. Die Möglichkeit, ihn mit Siri oder Alexa zu steuern, macht das Leben so viel einfacher. Das Beste daran ist, dass er sogar mehrere Etagen reinigen kann, was perfekt für mein Haus ist. Ich würde diesen Saugroboter definitiv jedem empfehlen, der nach einer zuverlässigen und benutzerfreundlichen Reinigungslösung sucht. Ich habe den Honetscher Saugroboter mit Wischfunktion, G20 Staubsauger Roboter 3000 Pascal, kehren Saugen Wischen 3 in 1 Roboter Staubsauger WLAN, Alexa und App-Steuerung und bin total begeistert. Der Roboter Staubsauger ist super leise und reinigt alle Ecken und Kanten in meiner Wohnung gründlich. Besonders praktisch finde ich, dass er auch wischen kann, wodurch ich mir das lästige Bodenwischen erspare. Die Steuerung per WLAN, Alexa oder App ist sehr einfach und funktioniert einwandfrei. Der Roboter Staubsauger ist ideal für Tierhaare und Teppiche und Hartböden. Ich kann den Honetscher Saugroboter jedem empfehlen, der eine gründliche und einfache Reinigung möchte. Ich bin sehr zufrieden mit dem Aerobo P20 Saugroboter. Die 2800 Pascal Saugkraft sind beeindruckend und er schafft sogar Tierhaare auf Teppichen spielend. Die App-Steuerung ist sehr praktisch und einfach zu bedienen. Mit einer Laufzeit von 120 Minuten kann er unser ganzes Haus in einem Durchgang reinigen. Die WLAN-Optimierung ist ein großes Plus, da man den Roboter auch von unterwegs steuern kann. Die Fernbedienung ist ebenfalls sehr einfach zu bedienen. Ich würde den Aerobo P20 Saugroboter jedem empfehlen, der nach einem zuverlässigen Roboter-Staubsauger sucht. Ich bin sehr zufrieden mit dem TICOM Saugroboter mit Wischfunktion 2 in 1, G8000 Pro Staubsauger-Roboter. Die starke Saugkraft von 4500 Pascal ist beeindruckend und entfernt mühelos Tierhaare, Staub und Schmutz von Teppichen und Hartböden. Das Gerät ist selbstaufladend und kann über WLAN gesteuert werden. Die maximale Laufzeit von 150 Minuten ist ausreichend für eine gründliche Reinigung. Besonders gefällt mir die Wischfunktion, die die Reinigung noch effektiver macht. Insgesamt ein tolles Produkt, das ich jedem empfehlen kann. Ich bin absolut begeistert von dem DREAM L 10 S Ultra Saugroboter mit Wischfunktion. Die automatische Staubentleerung und die Selbstreinigung der Wischbads erleichtern mir das Leben ungemein. Dank der 3D-Hinderniserkennung bewegt sich der Roboter geschickt durch meine Wohnung und kann auch Teppiche und Tierhaare problemlos bewältigen. Der Akku hält super lange durch und die Steuerung per App oder Alexa klappt einwandfrei. Das Design in Weiß ist außerdem sehr modern und passt perfekt in meine Einrichtung. Ich kann das Produkt nur wärmstens empfehlen. Ich habe den Immu Staubsauger Roboter L11 Pro mit Autoabsaugstation gekauft und bin sehr zufrieden mit diesem Produkt. Der Saugroboter ist sehr leistungsstark und hat eine praktische Wischfunktion. Das Autoaufladen funktioniert einwandfrei und das LED-Display ist sehr übersichtlich. Die Lasernavigation und die Hinderniserkennung machen das Reinigen noch einfacher. Besonders gut gefällt mir die lange Handfreiheit von 45 Tagen. Die App ist sehr praktisch, um den Saugroboter auch aus der Ferne steuern zu können. Ich kann den Immu Staubsauger Roboter L11 Pro jedem empfehlen, der eine praktische und leistungsstarke Reinigungslösung für sein Zuhause sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.